Der Hamburger SV hat den Vertrag mit Offensivspieler Eros Amperio um ein Jahr bis 2020 verlängert. Der 25 Jahre alte Spani absolviert nach einem Kreuzbandriss im Knie seine Reha und wird erst in der neuen Saison wieder spielen können. Euro hat sich hier beim HSV von Beginn an wohlgefühlt und superintegriert, sagte Sportchef Alf Becke, er hat sich auch nach seiner schweren Verletzung topverhalten und sich immer mit unserem gemeinsamen Weg identifiziert. Anzeige Anzeige